Grüß euch, da ist wieder der Michael zur neuen Folge von Stubay Unlimited. Heute treffen wir uns am Stubayer Gletscher mit Robert Spahn von der Bergsteiger Schule Stubay Alpin und wir versuchen jetzt einen Klettersteig zu machen. Robert, was brauchen wir denn da alles? Ausrüstungsmäßig recht einfach. Einmal ein Hüftgurt, Anseilgurt ist klar, Steinschlaghelden, Klettersteig-Set und Handschuhe. Speziell wenn wir eher aus dem Büro kommen, empfehle ich mir Handschuhe. So Robert, ich war jetzt ausgerüstet. Können wir loslegen, oder? Ja Michael, für dich als sportlicher Einsteiger geben wir jetzt gleich im Falle auch Klettersteig, mittelschwieger Klettersteig. Das geht immer einfach, simpel, klar, muss überpassen. Ihr hund die Hand hinter die Karabiner am Saal. Ihr häng jeweils vorn um, dann den nächsten um. Dann aber noch dem Prinzip, dass ihr natürlich immer hängt. Logisch. Nachhafteig auf. Wenn du das so locker gemacht hast du jetzt im Fanao, steigen wir jetzt im Fanao Express. Fanao Express ist der Schwerste, Klettersteig und Schuhebein. Ich kenne auch wie vorher die schwierigsten im ganz anderen. Ja, dann wollen wir schauen, wie noch genügend Körner haben, um den zu meistern. Schauen wir mal. Deine Hand hinter dem Treben. Ja, dann werden wir mal. Ja, dann wollen wir auf. Ja, dann wollen wir mal. Ja. Ah, ah 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 ahh Boah, ah, es k mainstream Geil, aber nicht ohne, oder? Ja, hätte ich mir leichter vorgeschnitten. Dann fahren wir wieder nach dem Podcast, aber auf jeden Fall wieder eine Häckele gemacht. Hallo Robert, danke nochmal. War wieder eine super Erfahrung. Vielleicht treffen wir uns ja wieder einmal für eine Folge von Shoei Unlimited. Das war's für heute wieder. Dann schauen wir mal, wo wir uns das nächste Mal begegnen. Danke.